Joho zusammen, willkommen auf Wikliotakus, Tom Krass Auf jeden Fall soll es heute nochmal ganz kurz ein Infovideo über meinen Hauptkanal geben der ja leider gehackt und gelöscht wurde und zwar werde ich es jetzt doch so machen, dass ich alle Videos, die da drauf waren, nochmal neu hochlade und so gesehen den Kanal ganz normal nochmal für neue weiterführe aber halt von null Abonnenten aus, komplett von neun mit erstmal keiner Kanal, URL, weil jetzt hat ja jeder diese Zeichen und der Kanal ist hier in der ersten Zeile unten in der Videobeschreibung verlinkt wird wieder Manganie heißen und den Stuff geben, den ihr auch vielleicht gefeiert habt und zwar die Manganie Show, Anime Manga in plus 60 Sekunden und das Otaku ABC das sind erstmal so die grundlegenden Sachen, die ich geplant habe und natürlich Musikvideos wie zum Beispiel zur Dokumi, zum Japan-Tag, etc und alles andere gibt es wie gewohnt, wie immer hier und ja, schaut mal auf den anderen Kanal vorbei wenn euch gefällt, was dort passiert ich fange ja von null wie gesagt wieder an, wäre es echt cool aber nur wenn es euch gefällt und ihr auch wirklich daran Interesse habt wenn ihr es, keine Ahnung, dann auch ein bisschen Mundpropaganda betreibt ihr wisst schon, also wenn es euch gefällt, dass ihr es halt ein bisschen weiter verlinkt oder zeigt oder keine Ahnung und ja, mit dem Zeitlichen her bin ich ein bisschen, was ich vielleicht auch noch dazu sagen sollte weiß ich nicht, wie es jetzt mit den ganzen Kanälen so am Stück weiter geht weil ich nebenbei noch ein Fernstudium zum Social Media Manager mache und da weiß ich nicht genau, ob ich jedes Mal auf jedem Kanal jede Woche ein Video schaffe und ja, ich muss sagen, das war schon mit dem Infovideo schon wieder zwei Minuten das ist schlimm, ich weiß, ich kann mich nie kurz fassen egal ob bei Nachrichten oder auch bei den Videos, die man gar nicht mehr schaut ging auch immer über zehn Minuten ja, das ist traurig und kommentieren nicht vergessen, okay Bewertungen sind mir eigentlich egal, aber Kommentare ich freue mich über dicke, fette, lange Kommentare ja auf jeden Fall wollte ich das damit sagen ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, die mir so geholfen haben und was weiß ich nicht alles und wir sehen uns bald wieder macht's gut Leute und ciao oh, ich bin so verplant ich hab noch was vergessen und zwar facebook.com slash otakofriends da geben wir euch auch News und so ist was relativ Neues zu Anime, Manga, Games und so weiter, checkt das auf jeden Fall aus ist auch in der Videobeschreibung was ich auch noch kurz erwähnen möchte und zwar Neo Tokyo bringt heute einen neuen Song raus und zwar zu Mirai Nikki da blende ich euch mal einen kleinen Trailer an checkt den Song auch mal aus geht heute um 16 Uhr on Air und dann war's das jetzt ciao Leute ich liebe ihn ich liebe ihn Es ist für ihn. All of es. Bis zum Schluss und bis zum Schluss. Es ist für ihn. Es ist für ihn. Ich will nur noch nicht mehr. Es ist für ihn. Es ist für ihn. Es ist für ihn. Es ist für ihn.